Reinhardin Und gedrückt und geschoben Als ich hier nichts mehr geschickt bin, da durchgehangen werde, da geht es tatsächlich mehr oder weniger über die letzten Punkte für die Finalläufe Aussage, Sie übertreiben es nicht Ja, da haben wir schon den ersten raus Erstmal noch in Führung mit seinem orange fahrenden Astra hier, das ist Tyler Geddes in Nils Ja, 4.02, auch nicht langsam Das ist Marcel Edeler auf der 2 aktuell, hat aber eben kurzfristig immer Schaltprobleme Da war es auch die Leidige Der Musik Die Fahrbahn sind so ein bisschen hier in den Ball aufgerundet. Lippen-Serien-Turnwagen kann man das nochmal machen. Die ist noch etwas stabiler ausgelegt an der Fahrwärtsgeometrie. Wir wollen den schönen Teil der Gerdes. Die ist... Ja, hier kommt der Dinger, kommt der Dinger. Tschüss. Mit respektablen Vorsprung. Auch Plan 2 kommt hier mit der 492. Und dann geht es weiter. Gemeinsam. Bis zum nächsten Mal.